Liebe Geschwister im Herrniesum Christum, eine weitere Aufklärung zu dem Reformator Martin Luther. Das Bild, das viele Menschen von Prof. Dr. Martin Luther 1483 bis 1546 haben, entspricht nicht der Wahrheit. Im Folgenden werden einige Zitate gebracht aus dem Buch »Die Lehre von Martin Luther – Ein Mythos zerbricht« von Hans-Jürgen Böhm. Die Zitate können auch direkt im Lutherbuch »Von den Juden und ihren Lügen« aus dem Jahre 1543 überprüft werden. Dieses Buch »Von den Juden und ihren Lügen«, ich habe es nicht geglaubt, ich habe es gekauft. Und alles, was ich jetzt vorlese, stimmt eins zu eins bis zum letzten Buchstaben. Seite 208 Darum, wo du einen rechten Juden siehst, magst du mit gutem Gewissen ein Kreuz für dich schlagen und frei und sicher sprechen, da geht ein leibhaftiger Teufel. Martin Luther Seite 215 Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben dasselbe drinnen, das sie auch in ihren Schulen treiben. Dafür mag man sie auch etwa unter einem Dach oder einem Stall tun wie die Zigeuner, auf das sie wissen, sie seien nicht Herren in unserem Land, wie sie sich rühmen. Martin Luther Seite 215 Zum dritten, dass man ihnen nehme alle Betbüchlein und Talmudisten, darin sollen ab Götterei, Lügen, Fluch und Lästerungen gelehrt werden. Martin Luther Seite 215 Zum vierten, dass man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete, hinfortzulehren. Seite 217 Zum fünften, dass man den Juden das Geleit und Straße ganz und gar aufheben, denn sie haben nichts auf dem Lande zu schaffen. Martin Luther Seite 217 Zum sechsten, dass man ihnen Wucher verbiete, der ihnen von Mose verboten ist, wo sie nicht in ihrem Land Herrn über Fremde lernte und nehmen ihnen alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold und lege es beiseite zum Verwahren. Martin Luther Seite 219 Zum siebten, dass man den jungen, starken Juden, Jüdinnen in die Hand gebe, Flegel, Axt, Karst, Spaten, Rock, Rocken, Spindel und lass sie ihr Brot verdienen im Schweiße der Nasen. Martin Luther Seite 291 Zummer Liebe Fürsten und Herren, so Juden unter sich haben, ist euch solcher mein Rat nicht ebenso trefft, einen Besseren, dass ihr und wir alle die unleidlichen teuflischen Lasten der Juden entladen werden und nicht vor Gott schuldig teilhaftig werden all der Lügen. Martin Luther Seite 234 In einer anderen Schrift zur Auslegung des 82. Psalmes schreibt Luther, bezüglich der bibeltreuen Christen, wie der Täufer, wie die Juden, müsste man die Christen lastklästern, den Stein und Bäumen etwa im Walde, ja, etwa im Abgrund des Meeres oder in einem glühenden Backofen. Diese Aussprüche Luthers an die weltliche Machthaben der damaligen Zeit, Fürsten und Herren, sind eine beferkte Anleitung zum Völkermord. Martin Luther war ja der Stammvater von Adolf Hitler und den Nazis. 400 Jahre später setzte der Österreicher Adolf Hitler und seine Anhänger die Nazis diese Anleitung in Tat um, was ca. 6 Millionen, vielleicht sind es 8 Millionen Juden das Leben kostete. Zu diesem Ergebnis kommt auch der Spiegel, Seite 51 aus dem Jahr 2003, Entschuldigung, Seite 78 bis 89. Hans-Jürgen Böhm kommentierte die Luthersprüche wie folgt, Seite 235. Immerhin konnte Hitler sagen, er wisse sich in der Judenfrage mit Luther 1. Und Julius Streicher, einer der führenden Hitlerknechte, das heißt der Herausgeber der Nazi-Zeitschrift Der Stürmer, berief sich in dem Nürnberger Prozess am 29. April 1946, wie folgt auf das zitierte Judenbuch. Professor Dr. Luther, Dr. Martin Luther säße heute sicher an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn dieses Buch in Betracht gezogen würde. Dass nämlich Hitler ganz bewusst an die lutherische Tradition der Judenverfolgung angeknüpft hat, zeigen auch die Tatsachen, dass die Reichskristnallnacht, in welchen die Nazis über die Juden herfielen, vom 9. auf den 10. November 1938 war. Am 10. November hatte nämlich Martin Luther Geburtstag. Im Übrigen hatte Hitler nichts anderes mit den Juden getan, als was Professor Dr. Martin Luther gepredigt hatte. Noch zwei Sätze. Seite 241 Ist es nicht seltsam, dass von den Juden und ihren Lügen in keiner Buchhandlung zu kaufen ist? Momentan kann man es wieder kaufen. Dass es selbst in den Gesamtwerken nicht mehr erscheint? Wenn man findet, findet man es. Warum aber schemmt man sich für diese Lehre dessen, den man Würdefall Mann Gottes zu nennen pflegt? Also der Großvater, in Anführungsstrichen, von Adolf Hitler, Martin Luther, wird Mann Gottes genannt. Sogar von Regierungen, sogar von Pfarrherren und anderen Gottlosen. Fast sieht ein Mensch, der eine Anleitung zum Völkermord schreibt, ist ein Verbrecher, der sowohl Juden als auch Christen wie der Däufer und Bauern bekämpft hat. Sein geistiger Vater ist ein Menschenmörder von Anfang. Johannes 8, Vers 44 Man kann Luther Schriften nicht entnehmen, dass er bis zu seinem Tode umgekehrt sei. Ich glaube, dieser Mann war einfach von A bis Z von unten. Das sieht man ja auch an der Lutherbibel mit ihren Gotteslästerungen, dass der Jesus Christus sündig gewesen sei. Und dann schreibt er noch in der Lutherbibel, dass der Jesus Christus nicht das Lamm Gottes gewesen sei. Das nur zum Nachdenken. Das ist das Lamm Gottes. Vielen Dank.